Am Mittwoch in der 10 Uhr Pause gingen die Rosi und der Pauli hinter der Lea und der Evi die Treppe zu ihrer Klasse runter und hörten die Lea sagen, Einfach pfutsch war der Hund. Ein reinrassiger Pekingese. Den hat garantiert wer gestohlen. Und jetzt ist sie natürlich fixi-foxi fertig. Die Rosi packte die Lea an der Schulter. Wem sein Hund ist weg? Die Lea drehte sich im Gehen um und sagte, der von unserer Köchin. Die Eltern der Lea haben ein Wirtshaus. Ziemlich weit draußen auf der Jagdstraße. Zum Kretzel, in dem die anderen drei Hunde weggekommen waren, gehört das Haus mit dem Wirtshaus nicht mehr. Das beunruhigte den Pauli und die Rosi, denn es brachte die Theorie, dass der große Hexenmeister nur im Kretzelhunde stiehlt und also auch da wohnen muss, gehörig ins Wanken. Wo ist der Pekingese von eurer Köchin denn gestohlen worden? fragte die Rosi. So genau weiß ich das nicht. Irgendwo, wo sie wohnt halt, sagte die Lea. Und wo wohnt sie? fragte der Pauli. Irgleich irgendwo da, wo ihr zwei wohnt. Die Rosi nahm den erleichterten Pauli an der Hand und zog ihn an der Lea und der Evi vorbei die Treppe runter. Wieso hast denn gestern die Laura und die Emily nicht angerufen, wenn es dir doch so dringend gewesen ist? Ich hab dir doch erklärt, dass hingehend besser als anrufen ist, sagte der Pauli. Und warum bist du nicht hingegangen? Die Rosi ließ nicht locker. Damit du nicht wieder behaupten kannst, dass ich keinen Teamgeist habe und alles im Alleingang mache, sagte der Pauli. Die Rosi schaute ihn baff an. Noch nie hatte sie etwas derartiges behauptet. Sie wollte Protest einlegen, doch da kam schon die Dr. Krautzack in die Klasse, klatschte in die Hände, um die Schüler, die nicht hinter ihrem Pult hockten, auf die Plätze zu scheuchen. Für Palatschinken, gefüllt mit Himbeermarmelade, hatte der Pauli alles zu Hause. In den Supermarkt mussten sie nach der Schule trotzdem, weil die Rosi zu den Palatschinken zwei Gläser Milch trinken wollte und der Pauli nicht sicher war, ob dafür sein Milchvorrat reicht. Beim Kurven durch die Regalreihen schlug der Pauli vor, auf dem Heimweg noch schnell mit der Laura zu reden, weil die gleich neben dem Supermarkt wohnt. Falls sie schon daheim ist, sagte die Rosi. Die Laura war noch nicht daheim. Niemand meldete sich durch die Gegensprechanlage, als die Rosi den Klingelknopf neben dem Haustor drückte. Warten wir halt ein bissl, der Pauli schaute auf die Uhr, oder geht sie nach der Schule in den Hort? Sie geht nicht in den Hort, aber ich bin hungrig, sagte die Rosi. Müssen wir halt nach dem Essen nochmal herkommen. Gerade als sie weggehen wollte, kam die Laura auf das Haustor zu. Zu wem wollt ihr denn, fragte sie neugierig. Zu dir, sagte die Rosi. Wir wollen dich fragen, ob der Schistelkevin in deine Schule geht. Er ist uns nämlich Geld schuldig. Der Pauli meinte, eine Erklärung nachliefern zu müssen. Da kann ich euch leider nicht helfen. Der muss dort wohl in eine Schule gehen. Die Laura deutete die Straße runter. In der Früh sehe ich ihn manchmal in die Richtung klatschen. Weißt du, wo er wohnt? Fragte die Rosi. Mehr als dass der Kevin gleich da irgendwo wohnt, wusste die Laura nicht. So verabschiedeten sich der Pauli und die Rosi. Paulis Vorschlag, auch noch bei der Emily vorbeizuschauen, lehnte die Rosi strikt ab. Sie wollte jetzt nicht so dringend wie Palatschinken. Und da der Pauli den Teig immer 15 Minuten rasten lässt, damit die Palatschinken beim Ausbacken nicht zerreißen, würde ihr knurrender Magen ohnehin eine halbe Stunde warten müssen. So schnell wie diesmal hatte der Pauli aus Mehl, Milch, Eiern und einem Löffel Öl den Teig noch nie zusammengerührt. Und zum Rasten gönnte er ihm auch nur 5 Minuten, obwohl er doch immer erklärte, dass das Mehl quellen muss, wenn man die Palatschinken hauchdünn hinkriegen will. Die Palatschinken glückten dem Pauli trotz der zu kurzen Rastzeit. Und die Rosi aß schneller, als der Pauli backen konnte. Das war aber jetzt echt die letzte, sagte der Pauli, als die neunte Palatschinke auf Rosis Teller gelandet war. Der Rest vom Teig gehört mir. Im Topf war noch mehr Teig, als der Pauli für seine Portion brauchte, aber er hatte Angst, die Rosi würde nach noch mehr Palatschinken auf Sofa wanken und verkünden, dass sie nun ein Stündchen abliegen muss. Und das wollte er unbedingt verhindern, weil er so schnell wie möglich die Emily befragen wollte. Der Pauli bug sich drei Palatschinken raus und aß sie hurtig. Mit dem letzten Bissen im Mund rief er, »Und jetzt nichts wie los!« Obwohl der Pauli die Rosi nach der neunten Palatschinke gestoppt hatte, stöhnte sie, »Jetzt gleich? Kann ich nicht vor ein Stündchen abliegen?« »Nein!« Der Pauli schaute so entschlossen, dass die Rosi nicht zu widersprechen wagte. Die Emily war daheim und staunte nicht schlecht, als sie der Rosi und dem Pauli die Wohnungstür öffnete. »Sammelt ihr für was?«, wollte sie wissen. »Nein, wir müssen dich nur etwas fragen«, sagte die Rosi. »Dann kommt rein!« Die Emily machte eine einladende Handbewegung. Hinter ihr her gingen der Pauli und die Rosi ins Esszimmer. »Setzt euch doch«, sagte sie und deutete auf die Sessel am Tisch. Der Pauli folgte ihrer Aufforderung, die Rosi blieb neben der Esszimmertür stehen. Die Emily setzte sich dem Pauli gegenüber hin und der Pauli schaute die Emily an. Mit einem merkwürdigen Blick fand die Rosi. »Lustig, dass du und die Rosi immer noch ein Ehepaar seid«, sagte sie zu dem Pauli. »Ein Ehepaar?« »In der Volksschule haben wir dich und die Rosi immer das Ehepaar genannt, weil es euch doch immer nur im Doppelpack gegeben hat.« »Das ist doch lächerlich«, »der Pauli schüttelte richtig empört den Kopf.« Die Rosi fand es zwar auch lächerlich, aber dass der Pauli gar so empört den Kopf schüttelte, gefiel ihr nicht. Und dass die beiden miteinander redeten, als wäre sie gar nicht anwesend, gefiel ihr noch viel weniger. »Und? Was wollt ihr mich eigentlich fragen?« Jetzt gönntet die Emily auch der Rosi einen kurzen Blick. »Ob der Schischtall-Kevin zu dir in die Schule geht«, sagte der Pauli. »Sat vorigen Jahr geht er in meine Klasse. Vorher war er woanders. Was wollt ihr denn von dem?« »Alles, was du über ihn weißt, wollen wir wissen«, sagte der Pauli und schaute der Emily in die feilchenblauen Augen. Zum Beispiel, mit wem er befreundet ist. »Freunde? Freunde hat der keine. Wenigstens nicht in unserer Klasse. Warum wollt ihr denn das wissen?« »Weil er uns Geld schuldig ist«, sagte die Rosi. »Und deswegen will der Pauli von mir wissen, mit wem er Freund ist?« Die Emily tippte sich mit einem Zeigefinger an den blonden, toll schräg geschnittenen Pony. »Das kannst der Wettitant einreden.« Die Rosi dachte, »Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr der Pauli darauf sagt.« Und der Pauli sagte, aber nicht zu Emily, sondern zu Rosi, »Wie wär's, wenn wir die Emily einweihen?« Am liebsten hätte sich die Rosi umgedreht und wäre zur Wohnungstür raus. Aber sie blieb an der Wand gelehnt stehen und sagte so cool wie nur möglich, »Hm, ganz wie du meinst.« »Was hätte sie denn auch anderes sagen sollen?« »Vielleicht, nein, das will ich nicht.« Dass es nicht um geborgtes Geld geht, hatte der Pauli ja bereits durch seine Frage der Emily klargemacht. Und dass er sie gern einweihen wollte, auch. Aber beim Einweihen mitspielen, das war zu viel verlangt von der Rosi. Und der Pauli erwartete es auch gar nicht. Er legte gleich samt allen Details los. Mit dem Carli, der vom Hundehaken entführt worden war, fing er an, mit dem Schichterl-Kevin, der mit der BIM getürmt war, hörte er auf. »Und wieso gehst du nicht einfach auf die Polizei und zeigst den Schichterl-Deppen an?« fragte die Emily. »Weil er garantiert nicht der große Hexenmeister ist,« sagte der Pauli. »Der ist sicher nur ein Helfer. Ich will den Kopf der Sauerei fangen.« »Echt coole Action,« sagte die Emily anerkennend. »Kann ich da vielleicht mithelfen?« »Wennst Lust und eine Idee hast, gern.« Der Pauli hielt es sichtlich für unnötig, die Rose nochmal um ihre Meinung zu fragen. Die Rose schaute auf ihre Uhr, sagte »Tschüss, ich muss heim« und marschierte ab. Ob sie wütend oder traurig war, wusste sie selbst nicht.